In Weltersbach gibt es die Möglichkeit, das tolle Berufsfeld Pflege kennenzulernen. So ist es auch möglich für Quereinsteiger, die Pflege fremd sind, die Pflege kennenzulernen und einen sozialen Beruf zu ergreifen. Als Quereinsteiger werden sie an das Berufsfeld Pflege herangeführt und durch die Teams eng begleitet. Wir befähigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Weltersbach durch Fortbildung, Weiterbildung, Coaching und auch individuelle Begleitung. Des Weiteren legen wir einen Schwerpunkt auf die enge Begleitung unserer neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wollen sie für den Pflegealltag fit machen. Das Ziel ist, dass die Bewohnerin der Bewohner sagt, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich gerne, in Weltersbach möchte ich meinen Lebensabend verbringen. Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die in der Pflege tätig sind, bekomme ich immer wieder gespiegelt, wie sinnstiftend und erfüllend diese Aufgabe für diese Menschen ist. Und viele sind ja Seiteneinsteiger, die zu uns kommen. Frauen, die nach der Kinderphase wieder in den Beruf einsteigen wollen und sich für den Pflegeberuf entscheiden. Und sie kommen zu uns und erlernen diesen Beruf, Learning by Doing, und stellen irgendwann fest, ja, das ist es genau. Als Organisation entwickeln wir uns weiter und wollen uns auch weiterentwickeln. Als Unternehmen, das in der Altenpflege tätig ist, sehen wir natürlich den demografischen Wandel in unserem Land. Und wir sehen auch, dass Menschen, die bei uns arbeiten, gewisse Bedürfnisse haben und Möglichkeiten haben, wie sie und wann sie arbeiten können. Und da wollen wir uns auch darauf einstellen und wollen versuchen, in unseren Möglichkeiten natürlich, den Menschen hier, den Mitarbeitenden auch flexible Arbeitszeiten anzubieten. Und dann kommt es nicht selten vor, dass diese Pflegehelfer, so nennen wir sie ja, sagen, ich möchte mich zur Fachkraft ausbilden lassen. Und das können wir nur unterstützen. Und darüber freuen wir uns, wenn Menschen, ob sie nun noch jünger sind oder vielleicht schon mehr Lebenserfahrung haben, sagen, ich will noch mal einen Beruf erlernen, ich möchte gerne in der Pflege als Fachkraft arbeiten. Das unterstützen wir sehr. Diakoniewerk Weltersbach-Leichling. Gemeinsam. Fachlich. Menschlich.